Die neue Woche startet mit Blitz und Donner sowie leichten Regenschauern. Die Frühtemperaturen liegen bei milden 13 Grad. Im Laufe des Nachmittags lassen die Niederschläge nach und es kommt ab und zu die Sonne hinter den Wolken hervor. Die Tageshöchstwerte liegen bei 19 Grad. Nachts bleibt es wolkig, aber niederschlagsfrei. Die Tiefstemperaturen liegen bei 10 Grad. Am Dienstag ist es den ganzen Tag über stark bewölkt mit vereinzelten Regenschauern. Die Tageshöchstwerte liegen bei 19 Grad. Der Mittwoch weist ein ähnliches Bild wie der vorherige Tag auf. Bei Höchsttemperaturen von 17 Grad schaut die Sonne gelegentlich hinter den Wolken hervor. Der Donnerstag ist geprägt von dichter Bewölkung, aber einem geringen Niederschlagsrisiko. Mit 17 Grad bleibt es frühlingshaft warm.